Wie steht es um die Europäische Union? Von der Energiekrise über die steigenden Spannungen an den Außengrenzen bis hin zu den Debatten über eine Erweiterung. Auf die EU warten viele Herausforderungen, die gelöst werden wollen. Vor allem stellt sich eine Frage. Wie kann Europa mit Weltmächten wie den USA und China mithalten? Über diese Themen und mehr diskutiert Eva Weissenberger in fünf Folgen mit ExpertInnen. Lookout Außenwirtschaft. Staffel Europa. Christian, wir müssen über Europa reden. Eva, ich habe mich gefreut. Wer redet nicht gern über sich selbst? Auf der anderen Seite habe ich mich auch ein bisschen gefürchtet, weil Europa geht unter die Haut. Europa ist das Eingemachte. Europa sind wir selbst. Das betrifft uns nicht nur wie Asien oder Afrika. Das sind wir. Wie legen wir es an? Ja, wie immer bitte. Also zuerst hätte ich gern zum Staffelstart in dieser Folge eine Einordnung von dir. Wo steht Europa? Wie geht es Europa? Und wie meistern wir diese geopolitischen Herausforderungen? Also wie immer in unserem Podcast. Und wichtig, warum machen wir eigentlich diese Staffel vom 6. bis zum 9. Juni? Finden Europawahlen statt, also zum Europäischen Parlament. Und Europa ist natürlich wichtig, weil einerseits ist es das große Friedensprojekt, das uns jetzt schon fast 80 Jahre Kriege erspart hat. Man muss leider dazu sagen, nur in West- und Mitteleuropa. Und auf der anderen Seite ist es halt von immenser wirtschaftlicher Bedeutung. Hast du schon angesprochen. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Lookout Außenwirtschaft, Staffel Europa, Folge 1. Und vorstellen müssen wir uns auch noch. Wer sind wir? Mit mir hier im Studio ist der WKÖ-Geopolitiksexperte Christian Kiesberg. Er greift zurück auf eine jahrzehntelange Erfahrung als Wirtschaftsdelegierter in aller Welt, in wichtigen Stationen. Kennt sich also in aller Welt aus. Gleichzeitig kann er auch noch auf das Wissen, die Expertise seiner Kolleginnen und Kollegen, die jetzt draußen sind, in 70 Destinationen von der Außenwirtschaft Austria zurückgreifen. Die liefern ihm Input. Und speziell für diese Folge hat er sich auch noch mal rückgesprochen mit unseren WKÖ-Europa-Expertinnen und Experten. Das heißt, wir greifen auf einen reichen Schatz an Erfahrungen, Wissen, Expertise und auch Vorseite zurück. Vielen Dank. Sehr würdigend. Ich bin zu Gast bei Eva Weißenberger, der Marketing- und Kommunikationschefin der Wirtschaftskammer Österreich. Und meine erste Frage ist ziemlich banal. Warum braucht Österreich Europa? Österreich braucht Europa aus einer Vielzahl von Gründen. Aber fokussieren wir einmal auf die wirtschaftliche Bedeutung, die dieses Europa für uns hat. Und ich glaube, wenn wir uns einig sind, und bin überzeugt, wir sind uns einig, Export wäre das Rückgrat von Wohlstand, Wachstum und sozialer Sicherheit in Österreich, dann ist ein Blick auf die Ausfuhren Österreichs nach Europa vermutlich ein guter Raster für diese Einordnung. Und da sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. 2023 hat Österreich, so über den Daumen, um 200 Milliarden Euro Waren exportiert. Davon gingen 160 Milliarden, das sind 80 Prozent, gingen nach Europa. Davon 137 Milliarden in der Europäischen Union. Der Rest ist dann also Türkei, das Vereinigte Königreich, EFTA, GUS, Europa, der Westbalkan. 20 Milliarden nach Amerika, Nord-, Mittel-, Süd. 16 Milliarden nach Asien. 2,5 Milliarden nach Afrika und 1,5 Milliarden nach Australien und Ozeanien, damit man die Welt fertig kann. Wir exportieren dreimal so viel nach Slowenien wie nach Afrika. Wir exportieren gleich viel nach Bulgarien wie nach Indien. Wir exportieren viermal so viel in die Tschechische Republik wie nach Japan. Ich glaube, der Vergleich macht uns sicher, Europa ist unsere Existenzgrundlage. Ich habe mir auch eine Zahl rausgesucht, und zwar seit dem EU-Beitritt, der sich nächstes Jahr zum 30. Mal jährlich Österreichs Wirtschaft im Schnitt pro Jahr um 0,7 Prozent stärker gewachsen, als das ohne diesen EU-Beitritt der Fall gewesen wäre. Jetzt fragt man sich aber, und du hast den Export ja schon erwähnt, ist das nur der Binnenmarkt und dadurch, dass sich unser Export so gesteigert hat, oder gibt es auch andere Gründe dafür? Da gibt es eine Vielzahl von anderen Gründen. Lass mich so anfangen. Mit dem Beitritt rückt Österreich von einer Randlage, die viele Gesichter hat. Und da könnte man mal eine Stunde drüber nachdenken, welche Gesichter das denn waren, in einem weltwirtschaftlich und geopolitisch bereits bedeutenden, also 1995 bedeutenden Block. Die Exportquote, wie du sagst, explodiert von 33 auf 56 Prozent. Aber der Standort wird um so vieles attraktiver. Die Auslandsinvestitionen in Österreich verfünffachen sich seit dem Beitritt. Und das sind tolle Firmen, die nach Österreich kommen, die hochqualifizierte Mitarbeiter anstellen, die hier forschen, die hier Entwicklung machen. Und dann kommt die Osterweiterung, zusätzliche Schubkraft. Nicht nur, weil wir mit diesem Wirtschaftsraum eine gemeinsame Geschichte haben, sondern weil durch die Größen- und Struktursymmetrie Möglichkeiten für die österreichischen Unternehmen jetzt stehen, im Ausland zu investieren, zu wachsen. Die Übernahme der Allianz durch die Grazer wechselseitige war nicht so ein Thema. Aber in den neuen Mitgliedsländern findet der Bankensektor, der Versicherungssektor und die Industrie Möglichkeiten, was zu tun. Und dazu kommt, die Teilnahme an den europäischen Forschungsprojekten am europäischen Forschungsraum katapultiert die Forschungs- und Entwicklungsquote von 1,5 auf 3,2 Prozent und 120.000 Erasmus-Teilnehmer seit Beitritt stehen für eine Internationalisierung der Köpfe, die auch die Grundlage für die Internationalisierung der Wirtschaft bildet und festigt. Also in der nächsten Folge wird der WIFO-Chef Gabriel Felbermeier bei mir zu Gast sein. Der hat ein Buch herausgebracht, Europa muss sich rechnen. Das habe ich jetzt schon mal gelesen in Vorbereitung auf die nächste Folge und auf diese. Und habe mir ein paar Dinge hinausgeschrieben, die er auch zu Europa sagt, die alle extrem positiv sind. Also haben wir schon angesprochen, Einigungsprozess bringt Frieden und Wohlstand. Demokratie und soziale Marktwirtschaft sind gut verankert. Soziale Ausgleich funktioniert, die Lebenserwartung steigt, weil das Gesundheitswesen so gut ist. Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten auch ganz wichtig, die sie nehmen ab. Die CO2-Emissionen gehen zurück und die EU ist, schreibt er, bei der Bevölkerung beliebter, als man oft glaubt und als das behauptet wird. So, das sind die guten Dinge. Auf der anderen Seite sagt aber auch, wir sind in geopolitischen Herausforderungen, die die Welt da mitbringt, diese ganzen neuen Handelsströme, die Verwerfungen, die es derzeit gibt, über die wir ja hier in diesem Podcast immer reden, denen sind wir überhaupt nicht gewachsen. Wo kommt dieser Widerspruch her? Sind wir jetzt wirklich gut oder sind wir eigentlich schlecht? Faszinierendes Buch. Aber Gabriel Felbermeyer legt in seiner nüchternen Analyse sozusagen die Hand wirklich auf die Wunde. Er erinnert uns einmal an die Wirklichkeit, nämlich dass der Integrationsprozess weit von einem handlungsfähigen, vereinigten Staaten von Europa entfernt ist. Und er nennt das Kind beim Namen, er nennt Europa einen Fleckenteppich der Kleinstaaten. Nicht ganz zu Unrecht, er sagte selber, Deutschland, der größte Mitgliedstaat, ist mit einem Prozent der Bevölkerung und mit vier Prozent Beitrag zur Weltwirtschaftsleistung im globalen Kontext ein kleiner Spieler. Und das ging, solange gut, solange ein gutmütiger Hegemon in Washington eine regelbasierte Ordnung garantiert hat. Und was jetzt passiert, wo der das nicht mehr tut und die Welt sozusagen zerfällt oder in eine Ära der Unordnung manövriert, trifft das die Schwachstellen Europas. Und das sind die Systemrivalität der Machtblöcke, Lagerbildung, Machtpolitik statt Herstoff des Rechts, kalte und heiße Kriege. Europa ist hilflos, weil Europa ist nicht einig genug, um Positionen zu finden und die zu beziehen. Zweitens Verwerfungen im internationalen Handel, Egoismus statt globaler Problemlösung, Protektionismus, Rohstoffwettbewerb, Störung der Lieferketten. Europa ist betroffen, weil ein offener Markt, ein Freihandelsmodell für Europa um vieles wichtiger ist als für die chinesische oder amerikanische Konkurrenz. Und schließlich drittens, die universellen Werte kommen unter Druck. Die liberalen Demokratien stehen immer mehr in Systemkonkurrenz mit Autokratie, mit Wirtschaftslenkung. Und das ist für Europa gefährlich, weil diese universellen Werte, Menschenrechte, demokratische Mitwirkung, ja sinnstiftend für das europäische Projekt sind und damit sozusagen die Wertegemeinschaft, in der sich Europa zu Hause fühlt, eine globale Wertegemeinschaft immer kleiner wird. Likö-Präsident Harald Mara warnt davor, dass österreichische Leitbetriebe, große Industriebetriebe ins Ausland abwandern. Tun sie schon, 41 Prozent der Betriebe haben das schon gemacht. Viele andere sagen, sie haben das auch vor oder wollen das im verstärkten Maße noch tun. Der Rückgang dieser Wettbewerbsfähigkeit ist ja nicht nur ein österreichisches Thema, sondern ein gesamteuropäisches Thema. Und du hast mir da im Vorgespräch zu dieser Folge von einer US-Studie erzählt, die genau diesen Punkt anspricht und den Finger da auch, du hast das vorher so schön formuliert, den Finger in die Wunde legt, weil das ist auch eine große Wunde. Genau, das ist eine Studie von McKinsey Global, das ist der Think Tank der McKinsey. Jetzt werden manche vielleicht sagen, aha, schon wieder sein, McKinsey jünger bin ich nicht. Ich weiß, dass die eine Agenda haben, aber sie betrachten die Welt aus einer guten, nämlich aus der Perspektive, nämlich aus unserer Perspektive, aus der Perspektive der Unternehmer. Und ihre Diagnose ist ganz klar, die neue Geoökonomie bringt Europas Wirtschaftsmodell aus dem Lot. Dessen Wettbewerbsfähigkeit basiert oder ruht auf dem Felsen der industriellen Spitzenleistung. Für industrielle Spitzenleistung braucht man einfach formuliert vier Dinge. Sehr komplexe Lieferketten, sehr stabile Arbeitsmärkte, erschwingliche Energie und billiges Geld, also verfügbares Kapital zu niedrigen Zinsen. Und Europa punktet auch in der Vergangenheit, ist heute weltführend bei der Nachhaltigkeit, bei der Energiewende, beim sozialen Fortschritt, bei der wirtschaftlichen Integration. Aber schon bevor eigentlich diese Rahmenbedingungen schlechter werden, hat Europa Wachstumsdefizite. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Europa liegt um fast ein Fünftel unter dem amerikanischen Niveau. Die Ausgaben, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben europäischen Unternehmen in den vergangenen sieben Jahren waren nur bei 50 Prozent dessen, was die amerikanische Konkurrenz ausgegeben hat. Die Amerikaner wachsen schneller, sie haben höhere Kapitalrenditen und die Marktkapitalisierung lag im Vorjahr um das zweieinhalbfache über dem europäischen Niveau. McGinsey hat sieben Bereiche definiert, von denen, wo Sie glauben, dass diese Problemstellungen der Wettbewerbsfähigkeit entstehen. Rät einmal, was das ist. Also natürlich Fachkräftemangel, Energie ist immer dabei, Technologiedefizite haben wir in unseren anderen bisherigen Folgen über Asien und Afrika gehört. Was dort alles abgeht, hat man das Gefühl, in Europa ist das nicht so. Du hast es schon gewonnen. Das sind die drei, die mir am meisten Sorgen machen. Zu wenig Innovation, zu teure Energie, zu starre Arbeitsmärkte. Wenn du mir erlaubst, kurz einen Blick drauf zu werfen. Man ist sich heute ziemlich einig, dass Wettbewerbsvorteile nur noch durch die Applikation von zehn Spitzentechnologien erzielt werden können. In Europa sind nur zwei dieser Energiefelder führend, neue Materialien und Cleantech. Und dort, wo die Musik wirklich spielt, künstliche Intelligenz und Quantum Computing eher im Hintertreffen. Dort gibt es zu wenig Investitionen und zu wenig europäische Unternehmen, die sich hier am globalen Markt etabliert hätten. Zu teure Energie. Der Ukraine-Krieg zeigt Europas gefährliche Abhängigkeit von übermäßig konzentrierten Energieimporten. Man kann die Rohstoffarmut Europas nicht wegreden. Europa importiert 55 Prozent seines Energiebedarfs. Die Chinesen 25 Prozent. Die Amerikaner sind Netto-Exporteure von Energie. Und die notwendige massive Ausweitung von Energiegewinnung aus alternativen Quellen scheitert, vielleicht übertrieben scheitert, wird verzögert in Europa durch langwierige Genehmigungsverfahren und durch viele gesellschaftliche Widerstände. Und dann noch starre Arbeitsmärkte. Künstliche Intelligenz und die Energiewende werden Auslöser werden zu einer Arbeitsmarktbewegung von historischem Ausmaß. Es werden Millionen von Jobs verschwinden und Millionen von Jobs dazukommen. Und ein System, ein Arbeitsmarktsystem, das den Arbeitnehmerschutz so weit vor der Flexibilität positioniert wie das Europäische, ist halt starr und wird sich schwer tun, diese Verschiebungen zu bewältigen. Außerdem hat Europa unter Umständen ein bisschen den Blick für die Qualifikationen der Zukunft verloren, weil der Anteil der STEM-Absolventen, also denen, die wissenschaftliche Ingenieurstudien absolvieren, ist in Europa um 20 Prozent niedriger als in den USA und um 45 Prozent niedriger als in Südkorea. Das waren jetzt mal drei wichtige Punkte. Was fehlt dann noch auf die unklarreichen Sieben, um es mal so zu nennen? Ich werde mich da bemühen, ein bisschen kürzer zu fassen. Kapital. Die steigenden Kapitalkosten im Tandem mit niedrigen Redditen führen in Europa zu Investitionslücken. Es wird zu wenig investiert und es investieren zu wenig andere in Europa. Lieferketten, dort waren wir schon. Die geopolitischen Spannungen beeinträchtigen das traditionelle europäische Handelsmuster. Europa tut sich viel schwerer als die Chinesen und die Amerikaner mit diesem neuen geopolitischen Hürdenlauf. Größe, Size Matters, vornehmlich in einer Welt, wo wir auf den Märkten sehen, dass es immer mehr eine Winner-Tags-Most-Dynamik entsteht. Europäische Unternehmen, Europa ist fragmentiert. Der Binnenmarkt ist weit weniger Binnen, als wir glauben. Und europäische Unternehmen wachsen langsamer als ihre amerikanische und chinesische Konkurrenz und tut sich in diesem Größenwettbewerb schwer. Und schlussendlich Wettbewerb in einer Welt, in der Regulierung und industriepolitische Lenkung zunehmend wieder Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit werden, ist das europäische Modell, das für uns so gut passt. Nämlich der Abstinenz von Industriepolitik und dem Verzicht auf Beihilfen und Steuerincentives zur Wirtschaftslenkung zumindest korrekturbedürftig. Mit dem Stichwort Binnenmarkt sind wir jetzt schon bei einem nächsten Thema, das wir auch ansprechen müssen. Es gibt ja nicht nur diese geopolitischen Herausforderungen, sondern es gibt auch hausgemachte, sozusagen interne europäische Probleme. Markus Beyrer ist der Generalsekretär von Business Europe. Das ist wiederum die Dachvereinigung der industriellen Vereinigungen Europas. Und er stammt aus Österreich und er sagt, die EU wird von Unternehmen zunehmend als Maschinerie zur Produktion von Hindernissen wahrgenommen. Von welchen Hindernissen spricht er da? Er spricht von fünf oder sechs. Die sind verhältnismäßig weit bekannt und gut besprochen. Sie wirken allerdings jetzt immer schlimmer auf den Gesamtzustand, je rauer der Wind, wenn man so will, da draußen in dieser unordentlichen Welt weht. Das ist einmal erstens die hohe Bürokratiebelastung durch den Doppelpack aus EU-Regularien und aus nationaler Regulierung. Dann der Umschnitt aus Konfrontation statt Kohäsion unter den Mitgliedstaaten herrscht. Ungarn ist ein gutes Beispiel, aber an sich nur die Spitze des Eisbergs. Dann hat Europa, leidet Europa natürlich unter komplexen und langwierigen Entscheidungsstrukturen, unter langwieriger Entscheidungsfindung. Die Mitgliedstaaten sind demokratisch verfasst, brauchen schon eine Zeit lang, bis sie zu einer Entscheidung kommen und dann geht das alles in die europäische Verlängerung mit vielen, vielen Akteuren und oft sehr seichten Kompromissen. Es fehlt in Europa an ausreichender Demografie-Vorsorgepolitik. Europa hat sich im Umstand noch nicht ins Gesicht geschaut, dass die Erwerbsbevölkerung sinkt und man dagegen was unternehmen muss. Und dann sind natürlich auch die Stabilitätsanforderungen der Währungsunion ein zusätzlicher politischer Handlungshindernis, eine Bremse. Ich stelle hier jetzt einen Gedanken von Gabriel Felbermeyer aus seinem Buch noch zum Schluss. Er sagt nämlich, halb ausgepackene Integration, wie wir sie im Kapitalmarkt haben, wie wir sie bei der Geldpolitik haben, wie wir sie bei der Integrationspolitik haben, ist an sich gefährlich. Entweder wir machen es fertig, wir führen sie zu Ende oder wir führen die Verantwortung wieder zu den Mitgliedstaaten zurück, die dann halt auch schneller wieder entscheiden können. Vielen Dank für diesen, man muss es wohl so nennen, Problemaufriss zum Wirtschaftsstandort Europa. In der nächsten Folge ist eben der von dir gerade erwähnte WIFO-Chef Gabriel Felbermeyer zu Gast. Mit ihm werden wir das vertiefen und mit ihm im Studio wird auch sein WKÖ-Generalsekretär Stellvertreterin Marianna Kühnel. In den weiteren zwei Folgen dieser Staffel schauen wir uns dann zwei Regionen ganz konkret an und um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, bitte ich dich da auch um eine kurze Einschätzung. Ist Deutschland noch zu retten? Mutti Merkel führt Deutschland durch die Krisen, aber auch in den Reformstau. Die Industrie sinkt da nieder. Die Ampelkoalition ist nicht in der Lage, die Probleme zu lösen, verliert mittlerweile auch sozusagen den Konsens überhaupt zu regieren. Das Bundesverfassungsgericht kippt einen Haushalt. Ich glaube, die Diagnose meines Kollegen Michael Scherz in Berlin ist richtig. Deutschland braucht einen Modernisierungsschub, Entbürokratisierung, Steuersenkungen, aber der politische Wille für diese Kraftanstrengung ist bis zum Horizont noch nicht sichtbar. Und wie geht es am Westbalkan weiter? Am Westbalkan haben wir eine frustrierte Bevölkerung, frustriert mit der ewigen Beitrittsperspektive. Die Jungen nehmen ihre Qualifikationen und gehen ins Ausland. Und die Frage, die sich stellt, ist, ist dieser Growth Pact, den die Union jetzt begonnen hat, ist diese Initiative, reicht die aus, um dieser graduellen Annäherung Bewegungsenergie zu verleihen? Und ein guter Gradmesser dafür wird sein, und ich nehme an, das wird besprochen werden, ob dieses Reformmomentum, das wir jetzt in Bosnien nach dem Beginn der Beitrittsverhandlungen sehen, ob das am Leben bleibt. Danke für diesen spannenden Auftakt, Christian. Du hast meine Wünsche, die ich am Anfang geäußert habe, natürlich wie immer übererfüllt. Danke, dass ich da sein durfte. Alle Infos gibt es übrigens auch auf lookout.tv. Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand. Aktuell fundiert, inspirierend. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch hier auf YouTube bitte den Kanal Lookout. Und damit Sie keine Folge mehr verpassen, stellen Sie doch die Glocke ein.